Schon wenn man die Bilder sieht, wird ganz schnell klar, dieser Unfall in Steinfurt in der vergangenen Nacht, der war heftig. Mit großer Wucht war das Auto im Vorgarten eines Wohnhauses gelandet. Das Bild heute, eine Schneise der Verwüstung. Jetzt live aus Münster. Ihre Lokalzeit Münsterland mit Stefanie Heinrich. Und ich begrüße Sie sehr herzlich hier am Freitagabend. Herzlich willkommen. Es gab einen lauten Knall und die halbe Nachbarschaft, die saß senkrecht im Bett und hat sich gefragt, was ist da passiert gerade? Ich sehe gerade heute Abend ist Zeit für eine Zeitreise im WDR. Einmal geht es ins Mittelalter um 21 Uhr zu den Kaufleuten von Münster und um 20.15 Uhr ins 19. Jahrhundert nach Essen. Klingt beides spannend. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen schönen Abend zu Hause im Münsterland und schönes Wochenende. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen schönen Abend zu Hause.